Jo Leute, was geht ab? Ich bin's heute wieder auf meinem Kanal Neue Neuigkeiten in Fortnite. Und zwar, ihr könnt ein gratis Emoticon erhalten. Wie? Also, das Ganze heißt Lass es alle wissen Aufgaben. So, das ist das Emoticon. Ich lese euch, wie ihr daran teilnehmen könnt. So könnt ihr an Lass es alle wissen teilnehmen. Erster Schritt, meldet euch in eurem Epic-Konto auf der Lass es alle wissen Webseite an. Dieser Link werde ich euch in den Kommentaren verlinken, Leute. Zweiter Schritt, seht euch die verfügbaren täglichen Aufgaben an und behaltet euren Fortschritt im Blick. Dritter Schritt, an jedem Tag des Lass es alle wissen Programms wird es eine neue Aufgabe geben, die ihr abschließen könnt. Bitte beachtet, dass jede Aufgabe nur 24 Stunden lang verfügbar ist. Schritt 4, verdient mindestens ein Punkt an einem beliebigen Tag, um das Emoticon Trophäe des Triumphes zu erhalten. Erreiche den Punktemeinstein eines beliebigen Tages, um 50.000 Forts in XP zu erhalten. Fünfter Schritt, wenn ihr den Punktemeinstein an Tag 7 erreicht habt, erhaltet ihr alle Lass es alle wissen Belohnungen, die ihr zuvor noch nicht verdient habt. Wenn ihr zum Beispiel noch nicht das Emoticon Trophäe des Triumphes oder die tägliche Fortnite-XP-Belohnung erhalten habt, bekommt ihr diese nach Abschluss des Punktemeinsteins von Tag 7. Und ja Leute, also hier nochmal, stellt sicher, dass ihr nur die Folgen nur unterstützt, Spielmodi spielt, um die Aufgaben abzuschließen. Fortnite Battle Royale Solo, Duo, Trio und Team und Fortnite 0 Bound Solo, Duo, Trio und Team. Und ja Leute, also Tag 7 bekommt ihr das Emoticon, wenn ihr alle Aufträge halt abgeschlossen habt. Und Leute, hier, ihr seht, bekommt ein PC gemacht. Also hier war anbilden, ich habe mich angemeldet. Tag 1 bekommen wir hier einen Schal, aber also Tag 2, Tag 3 und so weiter bekommen wir immer verschiedene Stile von dem Schal. Also Tag 1 bekommen wir hier diesen, äh, also dieses Outfit, aber dieses Schal hat halt ein anderes Outfit. Also jeden Tag bekommt ihr einen neuen Stil, Leute. Und also 1 Punkte für jede Eliminierung. Also wenn ihr 1 Eliminierung macht, bekommt ihr 1 Punkt. Wenn ihr insgesamt 20 macht, hier täglicher Punktbeistein, dann bekommt ihr 20 Punkte, dann bekommt ihr auch dieses Outfit. Lasst alle wissen, Fortnite. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch davon gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gerne ein Like, damit ihr kein Videos mehr verpasst. Und Leute, ich habe ein Video dazu gemacht, wie alle Schale in Fortnite aussehen. Äh, in der Videobeschreibung werde ich es euch verlinken. Und ja Leute, ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.